Weltwoordner kommt jetzt Heigelmann, Heigelmann Ich sollte das nicht Ich sollte vielleicht nicht nach sowas gucken währenddessen ich Ratos mache, aber egal Ich guck immer noch mal nach wie ich vergessen hab Ach, ja, lobe ich, wie immer Ich hab die Farben verwechselt So Ha, Heigelmann Immer noch kein Digi-Soul-Charge, was soll denn der Scheiß jetzt? Tja, ich muss doch mittlerweile ein verdacht, wie man die Fehler haben, oder? Für die gesamten Digitation für Greymon Äh, für Argumon Die gesamte Digitation von Argumon So, zurück, ich hab was falsch gemacht Also Nein, zu weit Lerdig Was es jetzt gebracht haben soll, weiß ich auch nicht, aber Es hat irgendwas gemacht Irgendetwas Wow Geo, äh, Grolemon ist schon mal ziemlich stark Er überlebt zumindest schon mal einen Angriff Von Garthumon Tempelmon? Was macht er doch alles? So kann er nicht Tempelmon werden? Ja Okay Ich guck mal kurz bei einer Verbindung Nö, bei mir ist alles easy 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 Verbindung So, da drüben geht es nicht weiter Too much Digimon Und die Encounterrate ist definitiv viel zu hoch Foxfire Geil Okay Das ist doch komisch, wieso kann ich keine Also irgendwas stimmt da doch nicht Mega Burst Ich mach über 300 Schaden Eigentlich müsste ich jetzt wunderbar in Digitation freigeschaltet sein Wow Oder muss Greymonty besiegen Hm, wenn das so ist Mach ich manchmal so Weil es könnte auch sein Das wäre zwar dämlich, aber es kann sein Für PS2 Bolle 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 Strawl Align, bleibt verblendet. Verhalten sich mal! Okay, benutze das! Fucking laut! Ja, ist doch wahrscheinlich eines der letzten Spiele für B2, wenn ich in diesem Sinne. Recovery Up! Warum bist du so fucking langsam, ist mal im Ernst? Theo Kraymon, das macht doch keinen Spaß! Black Exhaust Blaze! Was machst du? Ich verstehe nicht, was der Support bringen soll, aber gut. Mega Roar! Geh das! Die machen alle keinen Anschlag mit ihm! Wow, das ist irgendwie mal ein Drachendeam und so ne Scheiße! Ich hätte vielleicht die Seite offen lassen müssen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ich geh da hin! Der war nicht da! Ich mache noch Zauern! So! Ja, da müsste den anderen wieder gehen. Hoffentlich! Er überlebt's natürlich nicht, so wird das doch nie weiß! Wer hat ihn gewonnen, du kommst? Hä, jetzt ist... Entschuldigung, jetzt ist die Barriereweg. Die sind beide absolut nutzlos, sehr gut. Boxfire. Das wollen sie doch gar nicht. Scheiße. Die beiden sind einfach viel zu stark. Mega Burst. Blöd, nur dass die beiden Typen von Digimon überhaupt nicht gebraucht haben. Ja. Ja. Kann nicht escapen. Ja. 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 Das war's. Fesson Fesson Tier, Tier, Fesson D-Türze Mauskehno Fiktionino Tempel Wow, hat's to bequered Wow, hat's to bequered Wow, hat's to bequered Sogeo, Breimon Mega Burst So, Kryn Sie Er hat's to bequered Yay All of nothing All of nothing And now Das Der hat nicht so viele Angriffe, der hat einfach nur extrem auf denselben Angriff zur Verfügung. Das ist irgendwie das richtige Trick zu haben, irgendein System. Von wegen das, was du halt machen sollst. Keine Ahnung. Das hat nicht mal funktioniert, was soll die Scheiße? Das nervt irgendwie gerade. Dezent. Surprise-Attack, naja. Fox den einen um. Oder Fox den nicht um, ist mir auch recht. Kann ich so wenig mit Geocamern Platz machen. Foxfire! Auf Trollmon! Au. Läuft. Geocraymon. Danke. Flamebreath. Flamebreath! Äh, oh. Flamebreath. Folgeدة ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017